Das ist die Die Sendung Valentin Anker, jeden Dienstag, 20 Uhr auf krecker.info krecker.info mit C geschrieben, heute mein Gast Frank, auch bekannt als Adleraufstieg bei Wir machen jetzt eine Stunde Gespräch und 45 Minuten Zuhörerfragen. Das Gespräch wird aufgenommen und als MP3 und Text verarbeitet, kostenlos zum Download auf krecker.info. Frank, bist du damit einverstanden? Aber ja, natürlich. Ich grüße euch erstmal alle. Okay. Ich grüße auch die Leute auf dem Stream, die Leute hier bei Mumble und natürlich der Frank. Und natürlich danke ich auch den Leuten, die gespendet haben und den Spendenbutton in Anspruch genommen haben. So, jetzt lassen wir den Schingel noch auslaufen. Ja, auslaufen. Auslaufen. Der ist von Christian übrigens, von Day Records. Day-records.de Day-records.de So, also, schönen guten Abend, Frank. Guten Abend, Valentin. Ja. So, deine Verbindung ist okay. Sag mal was. 1, 2, 3, 4, 5, sie macht 19, Bube, damit König aß. Stimmt. Okay, super. So, jetzt habe ich gesagt, zuerst beginnen wir mit sechs Fragen. Die sind persönlich an dich. Ja. Und zwar ist das, wie kamst du zu deinem Engagement im Internet und deinem Engagement überhaupt so mal ganz kurz mal so in zwei, drei Sätzen? Ei, das ist eigentlich eine Geschichte. Mir ist eigentlich schon vor zehn Jahren aufgefallen, dass sehr viel nicht stimmt, was man uns sagt. Ich nehme mal das einfache Beispiel, Gemtrails, ja, die gab es ja auch schon 1998, wenn das mal reicht. Ich habe dann so zum Himmel hochgeguckt und habe dann diese Streifen gesehen und jedes Flugzeug, das da so am Himmel lang fliegt, da löst sich der Streifen nach längstens, ich sage mal so 30 Sekunden auf. Und die Streifen, die waren da oben und die waren nicht mehr wegzukriegen. Und als ich Leute darauf ansprach, ja, das sind Flugzeugstreifen. So, das hat dann auf dem Fernsehen nicht sonderlich Widerhall gefunden. Die haben das überhaupt gar nicht thematisiert. Ich habe mir so die Sendungen angesehen. Ich muss sagen, vor zehn Jahren war ich ja auch noch ein ziemlich anderer Mensch von meinen geistigen Einstellungen gewesen. Oder bin gewesen, drei gewesen, das ist ja doppelt gemobbelt. Und so fing das dann langsam an, dass ich dann 2003 mich mal mit der ganzen Thematik, der Internet beschäftigt hatte. Und es gab ja 2003, 2004 gab es ja auch noch die Originalbilder zu sehen bei Google Bild und zwar von den Polöffnungen. Ich kann mich sehr deutlich daran erinnern. Frank, eine kurze Frage. Hast du einen Download am Laufen, dann mach den bitte aus, weil du kommst manchmal zu ein bisschen... Nee, Download ist hier nicht an. Okay, super. Download ist hier nicht an. Ja, dann passt es. Warte mal, gucken, ob hier was ist. Skype kannst du ja schlecht ausschalten, aber du kannst dich auf Abwesen stellen oder so. Nö, nö, ist schon. Also wenn hier wirklich was, dann kann das hier nur Einziewesen sein. Das habe ich gerade ausgemacht. Okay. Nee, und wie gesagt, und das war dann eigentlich so die Thematik, dass ich dann angefangen hatte, mich da wirklich sehr allemfassend mit zu befassen. Übrigens auch unsere gesamte Geschichte, die, wie wir wissen, ja nun, muss ich vorsichtig formulieren, doch äußerst fragwürdig ist, was uns da zur Zeit noch durch den Mainstream serviert wird. Und habe dann eigentlich ab 2008, Pi mal Daumen, angefangen, auf einem damals ziemlich einschlägig bekannten Blog zu schreiben und hatte da immer noch so ganz große Puzzlesteine, noch nicht so. Das war nur die Zeit, wo ich noch richtig dicke Bücher gelesen hatte. Ja, und allmählich dann ging das eigentlich so weiter, dass ich dann mich dann wirklich da wirklich weitergebildet habe, mich da wirklich reingekniet habe. Also, ich nehme mal ein ganz einfaches Beispiel, warum, ja, das ist jetzt ein bisschen sehr schwer zu erklären, warum sind die Menschen so, wie sie sind, warum sind sie der Meinung, irgendjemand darstellen, dass sie irgendjemand sind, der sie nicht sind, sondern nur irgendwelche Bilder von irgendwelchen Fernsehserien übernehmen. Die und die und die Figur passt zu mir, aber sich selber lernen, diese Menschen nicht kennen. Und das ist so ein irres, komplexes Thema, da müssen wir eigentlich noch eine Extrasendung zu machen. Na gut. Okay. Und jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, bin ich dann eben so weiter, ging das so in diesem Ding so weiter und bin dann vor circa zwei Jahren auf die Seite gekommen, der Honigmann sagt, .wordpress.com und dann, und da kennen mich ja nur die meisten als Aufstieg des Adlers und da habe ich dann auch mich, das ist eigenartig, dass diese ganzen Mutmaßungen, diese Vermutungen, die ich vor zehn Jahren hatte, dass sich das nach dem Lesen der Texte, die Arnie auf dem Weg auch einstellt, auch von sehr vielen anderen Foren, dass das eigentlich dann letztlich der Wahrheit dann letztlich auch entsprochen hat, ja. Und in dem Zusammenhang muss ich eine Seite ganz besonders erwähnen, die wirklich, ja, ich muss wirklich schon sagen, Pflichtliteratur ist, eben weil sie auch diametral dem System entgegensteht und dort Dinge zu erfahren sind, die nun ja, wie man sich mal etwas genauer zu Gemüte führen sollte und das ist unglaublichkeiten.org. .org oder .com, oder gut, die einige Wetten, die sagen U.com. Und da mal bitte, da gibt es also ein Register und da kann man sich dann wirklich mal über die ganzen Dinge schlau machen, die uns verheimlicht werden mit den germanischen Göttern, mit der Edda, mit Odin und so weiter, wie das eigentlich zu sehen ist. Und das sind eigentlich hochspannende Geschichten. Okay, super. Über die Edda, die nordischen Götter, reden wir auch heute. Aber eingangs zu jedem Gespräch möchte ich noch kurz fragen, glaubst du an Gott? Na, ich sag mal so. Ich hatte ja vorhin dir eine Seite eingegeben und zwar vonnogo.be 2012.de. Da sind ja auch meine Bilder bei, mit diesen ganzen Lichterscheinungen. Die sind auch nicht bearbeitet. Also auf meiner kleinen Untermenü. Und es ist so, also ich bin jetzt mittlerweile auch der Ansicht, dass diese Welt wirklich gebaut worden ist. Also das ist nicht irgendwie durch einen Urknall entstanden. Das ist auch nicht irgendwie was, weiß ich, durch sonst was entstanden. Diese ganzen Wissenschaftler, die da irgendwie was erzählt haben. Natürlich gab es die Kontinentaldrift. Natürlich gab es auch sicherlich mit Sicherheit Atlantis, was untergegangen ist. Und das sind alles Dinge, die schon passiert sind, die alle Dinge, die schon gewesen sind. Aber ich glaube kaum, ja, gut Gott, wenn, dann müssten das mehrere Götter gewesen sein. Denn es ist ja immer noch die These, die nun gut sicherlich diskutierenswert ist, dass jeder, dass von jedem Planeten eigentlich eine bestimmte Art von Menschen eben auf den und den und dem Planeten hier, er sagt schon, Erdteile, hier auf dieser Erde, auf unserer Mutter Erde inkarniert sind. Es wurde ja auch oft genug gesagt, ja, die Erde ist ein Strafplanet. Dann kann es ja wohl einen Gott allein nicht geben. Wenn ich jetzt sage, Entschuldigung, Entschuldigung, das wird etwas Frosch behalzt. Wenn ich jetzt sage, die Christen haben also Jesus, die Juden, da wissen wir Bescheid. Und die Islamisten, die haben also ihren Alla. Dann gibt es noch die verschiedenen Untergötter, es gibt Buddha, es gibt alle möglichen Dinge. Aber was mir aufgefallen ist, sie sind alle zeitgleich. In einer bestimmten Epoche sind die praktisch, ja, es sieht so aus, als wäre man praktisch, wenn meine These stimmen sollte, durchaus absolut diskutierenswert ist. Und das, also erst mal mit der Inkarnation, brauchen wir uns nicht weiter zu beschäftigen, die gibt es tatsächlich. Aber ich glaube eben nicht, dass da ein bestimmter Gott jetzt irgendwie, ob das Jahwe oder sonst wer ist, jetzt gesagt hat, so, jetzt schaffe ich euch in sieben Tagen Himmel und Erde. Und so ganz nebenbei, den Mond lassen wir mal vollkommen aus. Im gesamten Alten Testament findet sich nicht ein einziges, nicht ein einziges Mal, ist ja die Erwähnung vom Mond. Der kam erst im Neuen Testament mit dazu. Da fragen uns natürlich auch alle, wann ist eigentlich der Mond, wie soll ich sagen, entstanden, erschaffen worden, konstruiert worden, wie auch immer. Da bin ich natürlich auch noch ein bisschen überfragt. Okay, also du glaubst an mehrere Götter. Nein, mehrere Götter nicht, aber ich sage mal so, jeder Mensch hat natürlich ein bestimmtes Schicksal. Ich glaube, dass man mit diesen ganzen Religionen, die sowieso von vorne bis hinten verfälscht sind, dass man damit natürlich die Menschen auch binden kann. Und so wie es im Land der Ringe steht, sie ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Und das ist eben ganz genau das, was natürlich auch die Menschen auch verrückt macht, weil sie ganz einfach mitkriegen, ich nehme mal ein einfaches Beispiel, die Sexualität. Die gehört zum Menschen dazu. Und wenn du jetzt eine Religion hast, die dir eben das und das und das und das verbietet, wirst du irgendwann verrückt. Okay, alles klar. Das ist eben das ganze Ding. Ich brauche nur mal jetzt einfach mal, neben Haiti, die damals der Admiral Nelson da war und für die britische Krone hier also Haiti eingenommen hat, da hat er ein Fruchtbarkeitsfest erlebt. Und ich habe mal gesagt, was musst du da verbieten, dass da, was weiß ich, ein siebster Jahr mit einer etwas höheren da offen auf dem Marktplatz, also da den Akt vollzieht. Ich sage, meins, ne? Und da hat er gesagt, nee, das gehört hiermit zum Glauben, aber die Physike, die Krone hat gesagt, nee, diesen Glauben müsst ihr dort machen. Wir haben ja den christlichen Glauben. Und ich meine, was allein schon im Namen eigentlich dieses Christentums, was jetzt eigentlich vollkommen verfälscht worden ist. Ja, okay, aber glaubst du an irgendetwas, das so wie Gott sein könnte, auch wenn es mehrere Leute sind? Na, sagen wir mal so, wenn, wenn, würde ich sagen, ich glaube an die Natur. Okay, alles klar. Naturgeister? Nee, auch nicht. Auch nicht. Keine Geister. Glaubst du an Menschen, die hell sehen können und sich dematerialisieren können und so Sachen? Es gibt durchaus, und da hat ja der Jan von Helsing, der hat ja mal in so einem Buch geschrieben, dass Menschen fliegen können. Da muss man aber auch dazu sagen, die beherrschen tatsächlich diese Techniken, also diese Antigravitation und die hätten wir ja auch, wenn man uns wirklich, sagen wir mal, wirklich das geistige Rüstzeug schon von Kindesbeinen an mitgegeben hätte. Aber das haben wir ja nicht. Unser Gehirn verfügt man gerade von 100 Prozent. Da hat unser Gehirn vielleicht, wenn es hochkommt, wenn es richtig hochkommt, mal gerade 10 Prozent. Ja, und ich kann mir schon vorstellen, dass ein Mensch, ob der nun leicht oder schwer ist, möchte ich mal sagen, spielt keine Rolle, wenn der wirklich diese Techniken wirklich beherrscht, dass der wirklich sich vom Boden abhebt und fliegen kann. Ja. Das halte ich durchaus für, ja, für gegeben, oder nein, für gegeben, für wahrscheinlich. Gut. Und glaubst du an Zufall oder an Schicksal oder beides? Naja, also ich sag mal so, es gibt keine Zufälle. Wenn ich, ach, könnte ich jetzt x Beispiele anführen. Das langt mir schon, das langt mir schon, okay. Dann wäre es natürlich auch nicht. Ich meine, jedes Schicksal ergibt sich immer aus einem bestimmten Lebensweg heraus. Achso, also du glaubst weder noch? Nö, nicht unbedingt. Ich bin der Meinung, dass ein Mensch, der, sagen wir mal, eine sehr schlechte Kindheit hatte, mit Auslachen, mit in der Ecke stehen und so, dass der, wenn er sich später selber mit Wissen befleißigt, später, ich sag mal, ich nehme mal diesen vom System so sehr missbrauchten Begriff, aber mir fällt vielleicht keine andere ein, dass der wirklich zum Gewinner werden kann. Alles klar. Okay, jetzt warte. Dann noch die Frage, glaubst du an die Seele und ewiges Leben? Ja, sicherlich. Okay. Es ist der Punkt. Den ist es langtisch schon. Du, wir müssen ein bisschen draufhauen, weil wir wollen die Äther durchsprechen. Und da brauchen wir mehr Zeit und wir wollen ja das Ganze noch als Text verfügbar machen. Das heißt, es muss jemand abtippen. Wenn wir ewig Ausführungen machen, das ist dann sehr kompliziert. Oh ja, das ist wohl wahr. Okay, dann was heißt die 666 für dich und wer ist der Antichrist oder gibt es den überhaupt? Also, ich denke mal zum Antichristen. Ich meine, diese 666 ist sowieso ein bisschen sehr merkwürdig, weil bei 666 denke ich nicht unbedingt an die Zahl, sondern eben an das Wort bestehend aus drei Buchstaben SEX. Und das ist jetzt meine Interpretation, weil ich mich jetzt so mit der 666 nur bedingt befasst habe, weil die wurde ja letztlich ohne von den Lominaten und von den Freimauern das braucht. Das ist ja letztlich in der Außenzahl wie alle anderen. Mich wundert nur, dass zum Beispiel, und da vielleicht kannst du mir da helfen, weshalb die gerade jetzt die 666 damals, wie Johannes darauf gekommen, die 666 ist jetzt das Zeichen des Tieres und keiner kann unter das Mahlzeichen des Tieres einkaufen gehen und die werden das alle haben, ob das auf der Stirn ist, auf dem Arm, eintätowiert und wir sehen es ja an dem Scannerfeld, was mittlerweile selbst hier auf einer ganz normalen Dose Creme drauf ist. Ich kann dir helfen, ja. Ja, ja, das ist wirklich und genauso die 23, ich meine, die wurden ja natürlich oben jetzt warte mal, jetzt bleiben wir bei der 6. Aber gut, ich bin schon, die 3 ist die Dreieckszahl. Ja. Die 3 nach oben gerichtet ist einmal die Dreieckszahl, die 3 nach unten gerichtet ist das zweite Mal die Dreieckszahl. Aha. Das ist die 6. Ja. Und dann zweimal die 6, weil das die 12 ist dann. Ja. Und die 12 ergibt wieder die 3 in der Quersumme. Deswegen sind die ein Fan von der 66. Die dritte 6 ist eigentlich nur noch aus Mode entstanden, weil dreimal in die Dreierzahl eingebaut in Geometrie 666 dargestellt wird. Ja. Und Johannes hat es www als 666 interpretiert. Also das Zeichen des Tieres ist wahrscheinlich das Internet. Ja. Okay. Word, web, natürlich, klar. Gut. Glaubst du noch an Hellsichtigkeit? An Menschen, die in der Zukunft was sehen können oder Gedanken lesen? Ja. Okay, alles klar. Weil mir das selber passiert ist. Okay. Gut, ich bin... Weil mir das selber passiert ist. Also das glaube ich, das weiß ich sogar hundertprozentig. Ah, kannst du mal ganz kurz erzählen, wie du das erlebt hast? Das ist so, wenn jetzt irgendwas, egal von wo auch immer, gegen mich geplant ist, gut, das kommt ja schon aus der Kindheit her. Dann bin ich innerlich sehr, sehr unruhig. Bin auch teilweise sehr, ich würde sagen, ja auch sehr wütend. Und dann weiß ich hundertprozentig, in der nächsten Woche passiert irgendetwas, was mich total auf den Boden haut. Und das ist im Regelfall auch der Fall. Als ich zum Beispiel, muss ich jetzt mal ganz kurz vorgehalten, ganz kurz anreisen, als sich das zum Beispiel, als sich zum Beispiel diese Gerichtsgeschichten liefen, da wusste ich ganz genau, an dem und dem Tag, schreiben die jetzt da den Brief an mich, hier, was weiß ich, hier, Strafbefehl mit einem Pipa vor. Und ich wusste dann zwei Tage vorher, aha, übermorgen hast du den Brief im Kasten und genau das ist bekommen. Das andere Ding ist aber genauso auch das Positive. Also, ich weiß nicht, warum ich bin einstens, das war vor zwei Jahren, bin ich irgendwie aufgewacht und hatte irgendwie das Gefühl, heute passiert mal ganz wunderschön. Und da hatte jemand irgendwie, gut, mag Schicksal gewesen sein, wie auch immer, ich hatte zu tun, bin unterwegs, um den Weg abzukürzen, zwischen zwei Autos da langgelaufen und sie hat auch noch einen 50-Euro-Schein liegen. Und das war vermutlich so der Positive. Alles klar, okay. Gut, jetzt gehen wir in den zweiten Teil. Das war jetzt die persönliche Vorstellung. Danke an dich, Frank. Adler-Aufstieg. Adler-Aufstieg bei Honigmann. Bei Honigmann. Ja, Honigmann habe ich ja eingangs erwähnt. Das ist denhonigmannsagt.blogspot.com. Aber da müsst ihr jetzt nicht hin, Leute, sondern ich habe was vorbereitet. Und zwar was Schönes. Und zwar die Bilder der Edda. Und da geht ihr auf cracker.info slash sites also CITES slash Edda E-D-D-A Ich wiederhole cracker.info slash der Querstrich S-I-T-E-S CITES Nein, Wort SITES Dann wieder Querstrich Edda E-D-D-A Okay. Frank, hast du die Seite schon aufgerufen? Ich habe sie vor mir hier. Okay. Dann gehen wir gleich mal auf den ersten Buchdeckel der Edda aus Island. Ja. Das ist jetzt das Buch, das wir besprechen werden. Das ist aus dem Jahr rate mal 1666. Das ist ein Ding, ne? Und der Typ, der das geschrieben hat, der hat oben noch einen Hinweis drauf gemacht. Der Mann da oben mit dem Bart. Ja, 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 ja. Der hat nur ein Auge. Das zweite ist blind. Ja. Das heißt, da ist die Ideologie der einen Welt, ein Gott schon integriert. Und auf dem Kopf hat er den Dreizack. Oh. Also du siehst dann da schon 1666 ist auch so ein Hinweis. und ganz unten das Haus ist auch ein Sinnbild des Dreizacks. Der Dreizack sind drei Pyramiden. Das heißt, es ist ein pyramidales System, das die Edda aus 1666 schon in Schriftform verbreitet und böse Zungen sagen, ja, das ist ja schon die gefälschte Edda. Die wirkliche Edda, da gibt es nicht diesen einen Welt, einen Gottglaube, sondern den viele, viele Götterglaube. Ja. Okay. Und jetzt gehe ich zurück und lese mal ganz kurz den Abschnitt über die Edda vor, ja? Ja. Also, über die alten Götter ist nur wenig Konkretes bekannt. Das meiste Wissen entspringt den Eden. Dieses Wort ist die Mehrzahl von Edda, ist gleich Großmutter. Es handelt sich bei den Berichten um mündliche Überlieferungen. Als Edda werden zwei Werke aus dem 13. Jahrhundert im christianisierten Island bezeichnet. Die erste Aufzeichnung wird um das Jahr 800 nach der Zeitenwende verfasst, also erst 200 Jahre nach dem Erlöschen der alten Religion. Anmerkung von mir, es ist wahrscheinlich so, dass diese 1666, dass erst da dieser Eingottglaube in dem Buch steht. Also vorher in diesen Eden oder Eddas müsste noch die Wahrheit ein bisschen drin sein. Der Verfasser Snorri Sturluson hat im Jahr 1220 die uns heute bekannte Edda zusammengetragen. Die Motivation Snorris, dieses Buch zu verfassen, lag in seiner Befürchtung, dass im Zuge der weitreichenden Christianisierung des Nordens die für das Verständnis der skaldischen Dichtungen notwendigen Kenntnisse der altnordischen Mythologie verloren gehen könnten. Durch die vergleichende Religionsphilosophie kann man heute jedoch Rückschlüsse auf die alte, wenig verfälschte Religion ziehen, denn die nordischen Völker sind während der vielen Völkerwanderungen nach Süden und Osten gezogen. Sie haben neue Elemente in ihr System von anderen Religionen aufgenommen, verändert oder herausgenommen. Okay, jetzt möchte ich euch bitten, geht von dem Buchdeckel rechts davon, das ist Odin, geht mal auf das dritte Bild, das zweite ist nämlich noch ohne Rand. Bist du soweit, Frank? Ja, Odin 2. Okay, jetzt siehst du den Odin und dieser Odin hat den Speer in der Hand. Ja. Der deutsche Speer, das ist auch ein Pyramidensymbol. Die zwei Flügel an seinem Kopf, weißt du, was das bedeutet? Ja, nun sollte man sagen, er fliegt davon wie Asterix, nee, ich denke mal, die steht für Weisheit, weil die Flügelspitzen zeigen ja den Himmel auch. Ja, es ist eine Interpretation ist, er konnte fliegen wie ein Engel, die andere ist, er war erleuchtet, das heißt, er konnte mit seinem Bewusstsein, es hatte Flügel, er konnte damit über die Auen fliegen im alten germanischen Reich. Dann siehst du aber auch noch, dass Odin auch wieder hier nur ein Auge hat, das heißt, die alte Ein-Gott-Mythologie hat schon hier gefruchtet. Und da muss man dazu sagen, über die Ein-Auge- oder beziehungsweise Ein-Gott-Mythologie wird auch das Ein-Herrscher-System begründet. Also ein Gott, ein König, ein Führer und so weiter. Also wenn du mehrere Götter akzeptieren kannst, dann bist du schon aus der Schere heraus, dass da immer einer nur ein Gott sein kann. Jetzt ein interessantes Detail sind neben den Hunden, die Odin hat und den Raben, sind die zwei drachenähnlichen mit der Zunge herausgestreckten Schlangensymbole. Ja. Das heißt zum einen, dass er ein Doppelkopf gewesen sein könnte, weil ja links und rechts ein Schlangenkopf ist. Und dass das Geschlecht der Schlange hier auch schon eine Rolle spielt bei Odins Geschichte. Ja, das ist ja wie beim Alten Testament bei Adam und Eva, da spielt ja auch die Schlange eine wesentliche Rolle. Richtig, auch bei Odin. Und du siehst auch links oben Sexknubbel und rechts oben Sexknubbel. Ja, ja. Also du siehst die alte Ideologie. Dann geh bitte zurück im Browser auf den Zurückpfeil. Moment, ja. Jetzt das vierte Foto, das kann man nicht anklicken. Das ist die älteste Odin-Darstellung, die mir bekannt ist. Ja, das ist richtig gar nicht anklicken. Stimmt. Auch hier vor den Knien des Pferdes die Schlange. Ja. Genau. Also es entspringt alles einer Menschheit. Ja, die Menschheit, die ein Wissen hat und diese Schlange stellt dieses Wissen für mich dar. Was denkst du ist diese Schlange? Ja, ich meine, die Schlange ist ja ein listiges Tier. Ist ja auch mitgehatter, ne? Später. Ja, ja. So. Und die Schlange war ja irgendwann mal klein. Und frage ich mich, wer hat diese Schlange ernährt, dass die mal so groß und so mächtig werden konnte? Man muss sagen, die meisten stellen sich Schlangen kalt und glitschig vor. Es ist nicht wahr. Die haben eine sehr warme, soll man sagen, also eine sehr glatte und weiche Haut. gut, also man kann sagen, ja, schon eine gewisse Art von Erotik mit Beide, was man so sieht. Ihr habt doch so diese Schlangenförmigen Klamotten, so für die Damenwelt zu kaufen. So, und für mich steht also die Schlange für, sagen wir mal, für, ja, ich muss jetzt sehr vorsichtig formulieren, für ein bestimmtes, den Germanen nicht gerade sehr freundliches, den Germanen nicht gerade freundlich sind eine Lebenseinstellung. Okay. Die wir zur Zeit hier noch haben. Ja, sag's doch einfach. Ja, es ist Zionismus, die jetzt auch in diesem Jahr wieder mal ein paar Dummköpfe suchen, die für sie in den Krieg ziehen. Okay. Und ich glaube, dass das diesmal nicht klappen wird, denn mit 2012 ist ja nun wirklich, es brechen ja sehr viele alte Weltbilder zusammen, die eben seit 2000 Jahren eben auch aufgebaut worden sind und auch sehr, und auch eigentlich wieder die Natur des Menschen gehen. Und ich nehme mal ganz einfach, gut, das würde jetzt nicht mehr zu weit führen, ja, wie gesagt, ich meine, was mir an diesem Bild von was wir anklicken können, was mir noch auffällt an dieser, ja, Kopfbilder, an dem Helden. Ja. Der erinnert mich so ein bisschen an, es gibt ja auch Bilder vom dritten Sargon, der da steht. Ja. Also, der jetzt nicht hier so auf den Bildern ist, sondern der, der, es gibt Bilder von ihm, also die dritte Wahrheit hatte bei YouTube mal ein Video gemacht, lebendige Menschen. Und da ist auch dieses Bild mit bei, der dritte Sargon kommt wieder und er wird alles wissen und dies und das. Und da ist ein Bild, da steht er praktisch und hat in seiner Hand, ich glaube, so eine kleine Rakete oder was. Und diese Kopfbedingung ist identisch mit dem, was Odin jetzt trägt. Das fällt auf. Okay, gut, jetzt möchte ich noch, gehen wir zurück zu den Bildern, ja? Ja. Das fünfte Bild nicht anklicken jetzt. Das fünfte Bild beschreibt die ganzen Welten. Das fünfte und das sechste ist die Weltenesche, der Weltenbaum. Und jetzt gehen wir bitte gleich auf das achte Bild. Draufklicken, bitte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist die Weltenesche, der Weltenbaum 4. Jo, haben wir. Genau, da hast du von Asgard bis Hell, bis Hell hast du hinunter alles. Dann die Schlange Midgard, Yggdrasil, World Tree, heißt das Ganze, Yggdrasil, ja? Und wir sind ungefähr in Midgard, Middle Earth. Ja. Und was fällt dir dazu auf oder ein, oder was möchtest du dazu sagen? Ich glaube, mit den Hellenen hatten wir einen Fall, ne? Ja, das ist ganz eigenartig, weil die Hellenen, Hellas, nicht? Griechenland? Da fehlt mir momentan noch so die Verbindung. Ja, okay, kein Problem. Du, ich weiß jetzt, dass diese Karte, hier so wie sie abgedruckt ist, Folgendes darstellt. Oben links steht SS. Das ist wieder die, das ist wieder, übrigens die Waffen SS war auch die Schlange, ne? Deswegen SS. Und hier steht SS auch für die Schlange, das Geschlecht der Schlange. Rechts oben siehst du die Sichel oder den Halbmond. Ja. Der heißt Kontrolle der Zeit. Oder ja, klassisch formuliert die Beobachtungsgabe der Steine. Beobachtungsgabe der Steine. Dann ist oben das geflügelte Adlerchen. Der heißt wieder die Gedanken, die Erleuchteten, die mit ihren Gedanken über die Welt fliegen und die Welt umarmen können. Und in dem Baum sind die ganzen Götter. Ja? Odin, Thor und so weiter. Und du musst jetzt Folgendes beachten, dass alle Figuren hier, alle, schwarz-weiß sind. Schwarz-weiß, warum? Weil Gut und Böse beides in uns vereint. Du hast ja schon bei Yang und Ying. Genau. Also die asiatische Kultur. Ja, genau. Du hast bei der Schlange unten rechts Drache und oben der Adler und auch Odin und Thor. Das sind alle schwarz-weiß. Und als Kind fragt man jetzt vielleicht, ja, aber ich will nur gut sein, ich will nur Gutes tun. Dann wird einem gelehrt, schau mal, da oben rechts ist ein Typ, der ist ein Heiliger, der ist weiß, der ist nur weiß, der ist der einzige Spieler fast, der nur weiß ist, ja? Und dann wird ihnen gesagt, schau mal, was der mit den Menschen macht, die nur gut sind. Der schmeißt die wie Brocken runter auf das Monster in der Tiefe. Ja. Und so wird den Leuten erklärt, pass auf, du musst ein bisschen schwarz-weiß denken. Es geht nicht nur gut, 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 sonst kommt jemand und schmeißt sich da als gut, gut, gut irgendwelchen Drachen vor die Flinte. Ja, ist richtig. Genau. Man könnte auch sagen, auf Neudeutsch, keine gute Tat bleibt unbestraft. Das ist so. ich meine, gut, jeder, naja, gut, muss man auch wieder sagen, das sind ja teilweise auch Unterschiede, ich meine, es ist so gutmütige Menschen, die gerne Gutes tun, denen sagt man ja nach, dass die innerlich immer auf eine Gegenleistung warten. Das mag durchaus so sein. auf der anderen Seite, wenn jetzt, wenn dieser Mann da oben die Guten runterschmeißt, heißt das ja mit anderen Worten, du musst also hart und böse sein. Aus der germanischen Mythologie, glaube ich, kommt ja auch das Sprichwort Leben ist Kampf. Ja, du wirst halt eingesetzt gegen den Drachen in der Tiefe, wenn du ein Heiliger bist. so und ja, aber gibt es da großartig zu sagen? Vielleicht ist es auch so, man könnte mir gut, man könnte auch so sagen, wer sich zum Schaf macht, den fressen die Wölfe, könnte man auch sagen. Ja, so ist es, das trifft es genau auf den Punkt. Super, dann fällt uns vielleicht noch auf, es ist ähnlich dem kabbalistischen Lebensbaum und du siehst, Midgard ist umhüllt von einem Berg, der schaut schon aus wie die Pyramide, welche hier auf der Erde zu herrschen scheint. Ja. Ja, ne? Das einzige Element hier, das ich nicht interpretieren kann, ist dieser Regenbogen. Mhm. Das weiß ich nicht. Ja, bei dieser Schlange jetzt, die du jetzt in der Mitte hast, wo draufsteht, Ektrasil Vortree, das erinnert mich so an die Schlange aus den, aus der, ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, bei der Kabbalah oder wo, nee, Kabbalah war das nicht, jedenfalls irgendein jüdischen Buch und da siehst du ja, wie eine Schlange sich um Europa legt und die Schlange beißt sich dann selber in den Schwanz rein, steht ja auch in den Protokollen drin, wir werden die europäischen Völker zerquetschen wie in einem Schraubstock und vielleicht hat diese Schlange hier das O vor, weil das weiß man ja nicht. Kann ja sein, dass es da irgendwie Parallelen gibt. Ob das jetzt so ist, weiß ich nicht. Okay, dann gehen wir jetzt von dem Bild weg, zurück und natürlich, dein Gedanke ist richtig, das ist der Ring des Feuers, sind die europäischen Sterne um unser Europa herum, aber das ist nicht zum, zum Einfangen gedacht, sondern mehr zum Verteidigen, weil die Zentrale der Welt, die Zentrale der Welt war und ist Europa. Gut, dann gehen wir mal am Baldertod mit mystischem Wissen auf die Grafik, Nummer 10. Jo. So, und jetzt wird es interessant. Du siehst hier Baldertod am Liegen, ne? Mhm. Das Heer, der Heeresführer weint und Gott oder die Illuminati, die Erleuchteten oben in der Wolke, die mit ihrem Bewusstsein schweben können, die halten sich den Kopf oder sind total entrüstet. Mhm. Und jetzt siehst du, aber jetzt geh mal in die Mitte, genau in die Mitte, da ist eine Höhle, ein Höhlenspalt und da stehen Menschen drin. Ja, ja, ja. Da wird einem beigebracht, dass die Verantwortlichen für Balders Tod, auch für Jesus in der Stellvertretung, diese Menschen unter der Erde verantwortlich sind. symbolisch dadurch dargestellt, dass er den Hammer hält in der Hand. Der Hammer ist ja das V-System, der Hammer, der auch in der DDR existierte, existiert auch schon zu dieser Zeit des Kupferstiches und er zeigt nach oben. Also er hat Baldert nur umgebracht oder Jesus wurde nur umgebracht, um zu zeigen, wir herrschen hier auf der Erde und da oben ist jemand und der mischt sich ein oder die Erleuchteten mischen sich ein, wir bringen ihre Auserwählten um. Das war die Erziehungsmethode zu der Zeit, als dieser Kupferstich 1784 erstellt wurde. Ja. Also, und diese Leute da unter diesen, unter der Erde oder in diesem Feldspalt, die arbeiten nur mit Disziplin. Mhm. Also da wird nichts mit freiem Willen befördert und so. Ja, das denke ich mir. Also wir sehen, dass die alten Mythologien durch Kupferstich, durch 1666 Buch der Edda, dass das alles schon korrumpiert ist. Wir müssen auf die Wurzeln der Edda zurückgehen und dort die Hellsichtigkeit und die höhere Fähigkeit der Menschen wiederentdecken. Mhm. War ein interessantes Bild. Ja, ist ein interessantes Bild. Wir kommen dann noch bis zur Johannesapokalypse und Ragnarök. Mhm. Gut, dann gehen wir mal zurück im Browser. Ja, habe ich. Da sieht man zum Beispiel dann nicht draufklicken. Da sieht man Loki. Loki ist angekettet. Ist auch wieder so ein, ein Held. Dann geht es weiter zu Thor. Mhm. Thor hält einen Hammer in der Hand. Mhm. Das kann ich nicht interpretieren, das Bild. Ich weiß nur, dass es schön aussieht. Er hat einen Hammer in der Hand, also das Hammersystem ist das V. Ja, und die Ziegen ziehen den, na, sah schon den Wagen. Ja. Ich meine, das weiß ich per Zufall. Das hat mir meine Omi noch erzählt, als war ich ein Kind. Immer wenn es gewittert hat, hat sie gesagt, jetzt fährt Thor mit seinen Ziegen über den Himmel und schlägt mit dem Hammer auf den Amboss und dadurch sollten die Blitze entstehen. Also das hat sie eigentlich schon aus den Überlieferungen erzählt und daran sollen die Germanen geglaubt haben. Ich meine, ich muss jetzt schon wieder so ein bisschen grinsen, weil wenn du dir mal jetzt auf diesem Bild ansiehst, hinten diesen einen Funkenflug, der sieht ja auch wieder aus wie eine Siegrune, ein bisschen. Ja. So, und auf da, und genau gegenüber das so jans, wo, jetzt weiß ich nicht, wer das da hinten ist, hier, und da drüber ist auch ganz schwach auch noch eine Siegrune zu sehen, wo es Seiten verkehrt, ganz kleine. Okay, fantastisch, gute Beobachtungsgabe. Schon interessant, ich meine, und da wird ja schon sehr deutlich, was sich heute auf unserer Erde abspielt. Ja, richtig. Das ist ja wirklich schon sehr interessant. Ich meine, ich muss noch ganz kurz zu Loki, war das Loki? Loki, ja. Der da angeschmiedet war, weil da gab es ja auch noch in einer griechischen Mythologie. Jetzt überlege ich gerade, wie der hieß, der da auch an einem Felsen angeschmiedet war und wo dann jeden Tag, ich weiß nicht, die Geier gekommen sind und von seiner Leber gefressen haben, aber jedenfalls, da gibt es schon einige Parallelen, schon sehr interessant. Okay, ich gebe nochmal durch für die Hörer, die jetzt zugeschaltet haben beziehungsweise für die Leute am MP3, die erst später einschalten, die URL durch für die Bilder, die wir besprechen. Das ist cracker.info slash sites Mehrzahl slash edda Nochmal cracker.info slash ctes also sites slash edda Okay, gehen wir zurück auf dem auf Ragnarök und zwar das erste Bild, das unterste Zeile, das zweite Ja, hab ich schon. Ich meinst jetzt das Bunte. Nein, nicht das Bunte. Also eine kleine Mute, okay, haben wir schon. Okay, weil das ist das ist noch ein Kupferstich und Kupferstiche beinhalten auch meistens eine Lehre. Nicht so wie heutzutage da jeder veröffentlicht kann, war zu Albrecht Dürers Zeiten die Erlaubnis Künstler zu werden. Eine Grundbedingung, dass du infiziert warst durch gewisse Erziehungsmethoden. Okay, jetzt haben wir Ragnarök. Das ist der Untergang der Götter. Also jetzt, wenn ich mich nicht täusche, ist hier Odin zu sehen. Ja. Dann Valkyren im Hintergrund. Ja. Und Thor. Thor auch. Ja. Ja. Und dann haben wir noch Idrassil, das ist die Schlange und der Hund. Aber wie hieß der Höllenhund? Das ist der Höllenhund. Oh, warte. Oh, warte. Warte mal. Ragnarök. oh, oh, oh. Jetzt muss ich mal kurz... Ähm, äh, äh, Quatsch. Das kann sein, warte mal, nee, das war doch der von Ragnarök. Warte mal, ich, ich komm, äh, ich komm gleich drauf. Auf jeden Fall mit unglaublichen Fähigkeiten, deren Gedanken sich verwirklichen. Heute, ja, 2012, Transformation. Die Asen und die Warnen verlieren an Macht. Das sind die alten Geschlechter. Denn langsam fassen wegen den Taten der Riesen in der heilen Welt der Götter Habgier und Krieg Fuß. Heutzutage 40, äh, äh, Kriegsschauplätze auf dieser Erde. Diese Verschlechterung haben die Götter selbst verschuldet, da sie Eide und Regeln brechen. Die Sitten zerfallen und die Götter werden unruhig. Das ist der Zeitpunkt, als Odin, die Seherin der Will, Luspa, um ihre Weissagung bittet. Doch auch als er weiß, was die Zukunft bringt, können die Götter ihr Los nicht verhindern. So kommt der finale Kampf und der Untergang der Welt. Doch ist das nicht das Ende, denn die Erde aufersteht in einer geläuteten Form, es kehren nur die Götter wieder, die unschuldig gestorben sind. Der sorglose Anfangszustand ist bald wieder hergestellt. Sogar die zwei Menschen, Liv 10 und Lift Rasse, haben am geschützten Ort Gimle überlebt. Also ich konnte jetzt nicht rausfinden, wie der Hund heißt. Ja, auf alle Fälle möchte man ihm in der Tour nicht begegnen. Ja, weil ich würde jetzt natürlich gerne eine Parallele ziehen zu der Apokalypse von Johannes. In der ist das Tier beschrieben, das inabgestürzt wird mit der alten Schlange und dann in Ewigkeit und Ewigkeit gequält wird. Und zwar ist es dieses Tier, ist dieser Hund, der sich losreißt von der Kette und der Satan ist die Schlange in diesem Fall vielleicht da hinten oder das Geschlecht der Schlange, die mit den deutschen nordischen Göttern im Endkampf liegen, wie heutzutage, die Apokalypse. Ja, das trifft ja ausgezeichnet zu. Ja, eben, die Sitten verfallen, überall Krieg. Die Bildung ist katastrophal. Richtig. Ja. Okay. Na gut, also ich... Sorry. Was weißt du denn über diese Götterdämmerung? Ist ja auch Thema bei Richard Wagner in den Festspielen und da war ja, das war ja der Lieblings... äh... äh... Gast von... Von Bundes. Der Lieblingsgast von... von Richard Wagner seiner Mutter... Äh, Quatsch. Äh, seiner Enkelin war ja Adolf Hitler. Äh, Winifried. War das richtig. Winifried. Genau. Was weißt du denn über Adolf Hitler, die Gönnerdämmerung und, äh, Richard Wagner? Au, das ist jetzt ein ganz eigenes Kapitel. Äh, äh... Man muss... Ja, das ist jetzt... Das muss ich ganz schön rudern. Also, man weiß über Adolf Hitler schon, äh, ein bisschen, wie er seine Kindheit zugebracht hat, äh, in welcher... wie er aufgewachsen ist. Möchte ich jetzt mal all die ins ganze Schicht, in die nun mittlerweile über ihn aufgetaucht sind, sogenannte Erkenntnisse, bin ich ein bisschen sehr vorsichtig damit. Würde mich jetzt lieber erstmal nur darauf beschränken, dass er als Kind vermutlich auch sehr allein gewesen ist, dass er dann von seinem Vater auch verdroschen worden ist und er für sich, äh, sagen wir mal, einen bestimmten, ähm, dass er sich selber beweisen wollte oder, sagen wir mal, irgendwie eine Bestätigung finden wollte. Und so hat er sich mit diesen Göttern, mit diesen germanischen Göttern, ja, er hat den weißen Engel verehrt und so weiter, ähm, damit hat er sich, ähm, ähm, ja, identifiziert. Und er hat dann, aus meiner Sicht, äh, zu Wagner, übrigens auch zu Nietzsche, ähm, aber zu Wagner eben insbesondere, eben eine besondere Affinität. Es ist ja überall bei Hitler bekannt, dass er als schöner Mann, ähm, das hat ja auch, jetzt wird die Leute so oft erzählt, ja, ich beschloss Politiker zu werden, bla, aber, äh, der wirkliche Wunsch, äh, etwas zu verändern, der kam ihm, als er in der Oper saß und, äh, auch von Richard Wagner ein ganz berühmtes Werk, nämlich Rienzi. Also dieser Volksheld, der das Volk, und sagt, mein Volk, steh auf und werde ich gegen die Unterdrücker. Und das Volk hat uns besser zu tun gehabt, das weiter zu prassen und zu saufen und, äh, Rienzi auszuliefern und Rienzi starb. Letztlich, parallel zu dem späteren Führer und Reiskanzler schenken wir uns mal. Ähm, ähm, aber das ist schon eine ganz interessante, ist eine ganz interessante Geschichte und, äh, die Götterdämmerung an sich, ähm, es ist, ich muss das jetzt wirklich mal umfassend sagen, weil die ganzen Prophezeiungen, ob das, ich will jetzt nicht mal sonderlich drauf, wo die ganzen Unterschiedlichen eingehen, die haben ja alle diese, ähm, Sequenz, dass in einem bestimmten Zeitpunkt stürzen die alten Weltbilder in sich zusammen. bevor aber diese alten Weltbilder, äh, auch diese, diese, äh, diese sehr menschenfeindliche Systeme, weil die jetzt der Zeit hier haben, ähm, die werden natürlich vorher noch, die werden natürlich nicht sang- und klanglos abtreten. Und deshalb, äh, Stünde, Stünde zu befürchten, dass wir hier in Europa auch noch richtig, ähm, was abkriegen, was natürlich auch wie bestimmte andere Leute, andere verhüten werden würden, wie auch immer, aber die werden natürlich nach zwei Jahren, ich sag's mal ganz verlob, Volksverarsche, nicht einfach, äh, abtreten, weil die, denen wurde nämlich beigebracht, also hier dieser Schlange und, äh, nicht wahr, denen wurde beigebracht, bei uns, bei uns im Talmud-Stegel sind die einzig guten Menschen und die anderen sind unsere Sklaven. Ja, aber ich muss... Das ist diese alte Welt, diese alten Welt, die da aufgebaut worden sind und die stürzen, die stürzen ein. Ja, das ist, das ist wohl wahr, dass, dass wir im Unbruch uns befinden, aber du hast ja gesehen, ich hab vorhin Nidra Siel gesagt zu dem, zu der Midgard-Schlange, da möchte ich mich grad kurz korrigieren, also Thor kämpft mit der Midgard-Schlange und ich hab jetzt herausgefunden, wie der Hund heißt, nur noch mal zum Ergänzen, das ist der Wächter der Unterwelt, der greift an. Okay, und Adolf Hitler hat natürlich gesehen, um sich herum, wie sich alles zusammenbraut und war durch Richard Wagner richtig angetan von der Götterdämmerung, hat das dann natürlich auch in Verbindung gebracht mit der Johannes-Aukalypse und das haben wir dann gehabt, den größten Krieg aller Zeiten, aber es war wahrscheinlich gar nicht die letzte Phase. Ja, ich meine, ich tu mich ja immer noch ein bisschen schwer damit, weil es gab ja einen bestimmten Zeitabschnitt, der in Adolf Hitler das Leben nicht nachgewiesen werden konnte und man nimmt also sehr stark an, dass er dort, also das stand wohl schon Anfang 1922 fest, oder 23 fest, dass er später mal Reichskanzler würde und er würde also bei Tavistock ausgebildet. Das mag auf der einen Seite sein, bloß ich frage mich auf der anderen Seite, wieso, beschließt, ich sage es mal ganz genau, diese Dunkelmächte. Weshalb beschließen die, dass die jemandem das nötige Wissen geben, ihn später an die Spitze eines Volkes setzen, er zieht in, sagen wir mal, zwei, drei Jahren dieses Volk aus dem Dreck, jeder hat Arbeit, jeder hat dies und das, so, bloß und dann zwölf Jahre später das ganze Ding in einem riesengroßen Trümmerhaufen kaputt gehen zu lassen und, was in dem Zusammenhang interessant ist, da hatte ich mich mit dem Axel Stoll unterhalten vom NSL-Forum und da hat er uns gesagt, aber Hitler hat, Moment, wann war das? Anfang Februar 1933 gesagt, ich habe nur zwölf Jahre Zeit. Ja, ja, also es ist so, es ist so. Da habe ich auch ganz schön geschluckt, also es scheint wirklich ein bisschen mehr hinter gewesen zu sein und, ja. Ja, also ich muss jetzt zum Ersten, gibt es Leute, die in die Zukunft schauen können? Hitler hat wahrscheinlich jemand konsultiert und zum Zweiten gab es den Plan Deutschland zu zerschlagen schon lange vor dem Ersten Weltkrieg. Schon lange. Da sind die ersten Karten in England schon großiert, es ist halt nun mal diese Weltvereinigung, die hat es beschlossen und Hitler war am Anfang, da er mit Frankenberger verwandt ist, ein verwandter Rothschilds. Ja, also indirekt, ja, also was heißt indirekt, verwandt halt über Zehnecken wahrscheinlich mit Frankenberger. Die Akte hat man verschwinden lassen und warum ist Hitler dann doch jetzt beim deutschen Volk immer noch gut teilweise angesehen oder halt nicht so schlecht angesehen, wie die Presse es gern hätte? Er ist nämlich dieser Weltverschwörung nicht mehr, er hat dann nicht mehr mitgespielt. Er hat dann gesagt, nein, ich kehre mich gegen alles, was mein Volk betrifft und hat dann, nachdem er eben sich gegen diese große Weltvereinigung gewendet hat, erkannt, er hat nur noch zwölf Jahre Zeit wahrscheinlich, weil dann irgendwie ins Benzin ausgeht. Das kann man ja alles schon konstruieren, ja. Und ich bin mir sicher, dass er sich gegen die große Weltverschwörung gewendet hatte und deswegen ist er zum Buhmann erklärt worden. Also am Anfang war er ja in der New York Times drin, am Anfang war er in England hochgefeiert, Churchill hat ihn besucht als den größten Führer aller Zeiten des deutschen Volkes und so weiter und dann hat er eben sich gegen die Zerteilung Deutschlands gewendet und wollte vereinigen, hat Friedensangebote geschickt, aber ist jetzt zum bösen, bösen Buben geworden, durch diese, durch diese, wie soll ich sagen, jetzt komme ich auf dieses Thema Holocaust. Der Holocaust, den ich hier nicht bespreche, wo ich aber persönlich dem Hitler nicht die Schuld gebe, sondern den ausführenden Organen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, weil sonst kann ich die Sendung nicht ausstrahlen als MP3, ja. Okay, lassen wir das Thema, gehen wir doch lieber gleich zu den Hochtechnologien. Ja. Du hast gesagt in dem einen Video, dass wir Deutschen eigentlich unser Überleben nur den Hochtechnologien zu verdanken haben. Wie ist das gemeint und was sind das für Hochtechnologien? Ja, das hatte ich, da hatte ich mich, als war das hier mit dem Gericht durchgezogen, hatte ich mich mit Mario anschließend noch unterhalten und da hatte er mir dann auch, ich war ziemlich bass erstaunt, weil wir haben ja damals nach dem Krieg, es gab ja die wirklichen vier, sage ich mal, Siegermächte, waren also die Sowjetunion, die Vereinigten Staaten, britische Königreich und Großbritannien, wie gesagt, und China. Die meisten verwechseln das immer und sagen, die Franzosen sind Siegermacht. Nein, weil China ein bisschen weit weg war und die gesagt, passt mal auf, ihr Franzosen, ihr seid von jetzt Besatzermacht, die Siegerrechte kriegt ihr nicht, aber die Besatzerrechte. Und somit wurden die Franzosen eben alliierte. Und was ich nicht wusste, dass die Chinesen dem Deutschen Reich schon 1945 den Friedensvertrag angeboten hatten, so viel wie ich weiß. Und es, nun muss ich auch dazu sagen, jetzt muss ich mal kurz rekapitulieren, was er noch gesagt hatte. Und zwar, die Amerikaner wollten einen bestimmten Hafen, jetzt muss ich überlegen, wo genau das war, wollten die mit Giftgas da umbringen, dort machen und wie auch immer. Und davon hat der deutsche Abwehrdienst das Rufbein geworden. Und Hermann Göring hat dann kurz an diesen ganzen Hafen angeordnet, also befohlen, da wo die Amis ihre Kriegsschiffe haben, die ganzen Kriegsschiffe zu zerstören. Und so ist eigentlich eine ganz große Giftgaskatastrophe in Europa verhindert worden. Das wird natürlich heute auch nicht gelehrt. Denn alles das, was gut und positiv ist, soll ja nicht genannt werden. Das ist ja so gut. Und da ist es, und was die Hochtechnologie betrifft, ich meine, es gibt ja auch dieses oft zitierte mit den drei, wie hieß das, Floating Board über Schweinfurt. Und da ist mir jetzt nur bekannt, dass die gar nicht eingesetzt werden sollten. also es war lediglich beim Festlauf kann man diese Flugscheiben, wie auch immer, sind die kraftauglich, kann man die einsetzen. Und die Amis, die damals in Schweinfurt gekämpft hatten, die haben da eben diese leuchtenden, diese bläulich leuchtenden Punkte gesehen. Joach, kann man nur halten, was man will. Interessant ist die Geschichte um Prag, wobei eben nicht die Hauptstadt von den Tschechen gemeint ist, sondern die kleine Stadt Prag in Bayern, wo dann eben diese Flugscheiben eben weiter konzipiert worden sind, wie auch immer. Und das fing ja damals schon an, 1934 hatten wir schon die ersten Flugscheiben hier von Horton. Das hat sich dann weiter fortgesetzt. Da muss man auch wieder dazu sagen, die Amerikaner wollten natürlich auch diese Technik haben. Und ich glaube nicht, dass nachdem so einen Haufen Wissenschaftler damals am Krieg rübergeholt haben, dass die die Antigravitationstechnik geknackt haben. Der Stelzbomber zum Beispiel beruht auf deutschen Patenten. Die Form ist, kann man sagen, wie eine Flugscheibe. Der Stelzbomber funktioniert eben nicht durch Implosion, also Natur aufbauen, sondern durch Explosion, also Natur zerstörend. Das ist einfach die fertig gekriegt haben. Du gehst auf den Ansatz von Schauberger, Viktor Schauberger ein. Der sagt, wir sollen zurück zur Implosion und nicht mehr zur Explosion. Er hatte ja damit gemeint, ihr bewegt falsch. Und das heißt ja, er hat das eigentlich mal ganz groß zusammengefasst, aus meiner Sicht. Also wie wir uns ernähren, wie wir das, dass wir von der Natur an sich keinerlei Ahnung haben, dass uns das über Jahrzehnte, über Jahrhunderte abtrainiert worden ist. Ich meine, als Kind zum Beispiel, ein einfaches Beispiel, mein Opa hat da, was weiß ich, einen Garten gesetzt, die ganzen Brennnesseln und alles weg. Unsere Vorfahren vor, was weiß ich, x-hundert Jahren, die wussten, wie gesund die Brennnessel ist, wenn man die, was weiß ich, kocht oder was weiß ich, aus Brennnesseln, Spinaten und so, in welchen Krankheiten die sind. Bisschen kurz. Ja? Ja. Lange Rede kurz, das sind von mir noch zu dem Thema. Und zwar, Deutschland hat den Krieg gewonnen, sagte zu mir einer, der war ziemlich abgerissen. Als Schulkind sind wir da langgelaufen, im Park, im Stadtpark und dann kommt einer, der hat wirklich einen Strick gehabt als Gürtel, der hat vom Sozialamt kein Geld bekommen. Und da sagt er zu uns, Kinder, hört nicht auf die Lügen, Deutschland hat den Krieg gewonnen. Es waren die Reichsflugscheiben, wir haben UFOs gehabt, wir haben den Krieg gewonnen. Und dann schreit er noch die Lehrerin an und sagt, warum helfen Sie, diese Lügen zu verbreiten? Jo. Damals als Kind war ich total entsetzt, aber denk mal drüber nach. Vielleicht haben wir den Krieg ja tatsächlich gewonnen, denn in Washington, was sehen wir da dauernd? Diese UFOs, UFOs nenne ich das einfach. Dann Area 51 ist auch so halb privat, ja. Und wo haben wir die Macht der Deutschen in Industrie, in Industrie haben wir den Hauptaubenwerk und natürlich Militär. Und das ist der industriell-militärische Komplex. Und wir müssen jetzt auch dazu anerkennen, dass die USA wahrscheinlich von dem Ordner, von dem Ordens Cullen Bones maßgeblich politisch beeinflusst wird und der hat seine Wurzeln in Deutschland. Das heißt, wir spielen hier täglich die Besetzten, tatsächlich leben in Deutschland, aber die Leute, die die Fäden ziehen, mit. Was hältst du von der Theorie? Das kann sein. Was mir jetzt ganz spontan einfällt, ich meine, da hatte ich mich mit jemandem unterhalten, der hat gesagt, also erstens, Jesus war kein Jude, der war Area, was ich durchaus auch nachvollziehen kann mit einer Körpergröße von 1,80, stahlblauen Augen, hellblauen Haaren. Und da sollen in einem Vollgroße geworden sind, die mal gerade 1,60 sind, kurz schwarze Haare haben, tief braune Augen, das ist ein bisschen sehr merkwürdig. Und Jesus hat hier gesagt, euch wird die Macht genommen, sie wird dem Volk gegeben, wo der Mitternachtsberg steht. Und in dem Zusammenhang wurde ich gefragt, ja, wo steht denn der Mitternachtsberg? Und war ich ein bisschen in Deutschland? Ja, in Deutschland? Und was ist auf dem Mitternachtsberg? Oder so. Weiß ich nicht. Na, die Webelsburg. Aha. Das kann natürlich sein, dass die jetzt alle sich hierher flüchten, weil die eben ganz genau wissen, was passieren könnte. Und weißt du, was der Mann, der mit dem Strick um den Hüften noch gesagt hat? Nein. Sie erzählen euch diese Lügen nur, dass ihr verloren habt, damit ihr alle gehorcht. Ja. Verstehst du? Die erzählen uns die ganze Zeit, ihr habt verloren, ihr seid Verbrecher, ihr habt verloren, ihr habt so und so viel, eure Ahnen haben so und so viele Leute umgebracht. Dabei im Hintergrund der großen Organisation hat Deutschland einen super Status. Ja, wir sind ja mit führender Exportweltmeister. Jetzt, wie geht das zusammen? Ja, nicht nur das, nicht nur das. Das kommt ja auch mit dazu. Ich meine, man sollte ja, und jetzt wende ich mich mal an alle Höherinnen und Hörer. Man sollte einfach an diesen Punkten wirklich, das ist ganz, ganz wichtig, nicht auf die Systemmedien hören, ARD, ZDF und den Rest, sondern man sollte wirklich auch mal die anderen Nachrichten hören, was weiß ich, aus den entfernten Regionen der Erde, überall. Und da ist das deutsche Volk mit eines der besten Völker, die es gibt. Ob das jetzt Russland, China, Indien oder die ganz großen Völker sind. und die fragen immer, wie ihr Menschen das Kind, warum lasst ihr euch das alles bieten? Die verstehen eben nicht, dass wir zur Zeit eben in diesem Würgegriff sind, wo eben Bruder gegen Bruder aufgehetzt wird, wo der eine dem anderen beschuldigt, du bist das und das und ganz böser und so. Ja, das ist ein bisschen schwer. Du hast recht, aber wir müssen einfach sagen, es gibt Erleuchtete in jedem Volk. Also es wäre jetzt Quatsch, irgendwie zu sagen, ja, nur Familie Meier hat Stammbaumäßig Erleuchtung und so. Ich meine, die BRD beweist es ja. Die BRD beweist es ja. Es gibt bei uns auch Lumpen, es gibt bei uns auch Bodensatz, die für eine bestimmte Summe die eigene Familie verraten. Das ist so. Die für Geld und gute Worte, was weiß ich, die besten Freunde verraten und ausliefern. Und klar gibt es die. Man muss auch dazu sagen, dass in der BRD, diese Leute gezielt gezüchtet worden sind, indem man sie, sagen wir mal, auch mit von den Wurzeln getrennt hat und dann ihn einfach, das ist wie beim Psychologen, dem gibt man irgendwelche Bücher und sagt, du, jetzt liest du mal das alles durch und für den Psychologen klingt das schlüssig. Der legt also seine Persönlichkeit ab, der legt alles Mögliche ab und lebt es nur nach diesen Büchern, nach diesen Büchern beurteilt er auch seine, wie das so schön heißt, seine Klienten. Ich habe diesen Blick nur leidhaft durch, also was ich alles gewesen sein soll, was ich zum Schluss gar nicht mehr zurechtgefunden hatte und dann ist mir erst mal aufgefallen, dass so eben diese, ich sage mal, wieder dunkle Mächte eben auch arbeiten, indem man eben Menschen, wie soll man sagen, sich selbst diametral gegenüberstellt, dass sie zum Schluss was ganz was anderes sind, als was sie ursprünglich, als sie das Leben empfangen haben, was sie wirklich waren oder sind oder wie auch immer. Wir haben jetzt die ganze Beschneidungsdebatte und in dem Zusammenhang fällt mir ein, weil ja immer wieder gesagt wird, ja, die Juden halten ja so zusammen. Nun muss man dazu Folgendes sagen, bei diesen Beschneidungsritualen, und das wurde eigentlich noch gar nicht genug beleuchtet. Was passiert, wenn man, wenn man ein Kind, sagen wir mal, war total wehrlos, es ist ein paar Tage alt, was passiert, wenn man da die Vorhaut einfach abschneidet, ohne Betäubung, es werden die wichtigsten Schacken im Körper abgetrennt. Das heißt, er kann dann nicht mehr, sagen wir mal, irgendwie besonders tief empfinden. Und dazu kommt dann dieser ganze, eben das aus dem Teilboden, du bist der Beste, du bist der Größte und praktisch die ganzen Götter, wie sie heißen, die sagen das ja auch, und dann wird ihnen noch sonst was erzählt, was wir, ja gut, muss man wieder wieder bremsen, und dadurch ist eben dieser Zusammenhalt. Ja, genau, das ist das Ritual der Beschneidung, das wieder abhebt von anderen und auch verroht. Okay, jetzt muss ich aber an der Stelle sagen, wir sind am Ende angekommen, der ersten Stunde und wir gehen jetzt in die zweiten 45 Minuten Zuhörerfragen und zwar bleib am einfach am Apparat beziehungsweise am Kopfhörer und in 21 Uhr und 5 Minuten geht es weiter mit dem zweiten Teil. Das war die Sendung Valentin Anker jeden Dienstag 20 Uhr auf cracker.info Zuhörerfragen Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.